Und wenn wir zeigen können, dann können wir darauf hoffen, dass auch andere Regionen wieder hoffen werden müssen. Ich sage, dass ich mit der Zeugung durchgehe, und dann ist es ein Zeichen, dass wir müssen, sondern dass wir es auch können. Wir wollen wieder eine altbackene Debatte vom Zaun brechen, die einen sind für Verbote und die anderen für Innovation. Ihr seid für Verbote, ja. Ich sage uns dazu, denken Sie darüber einfach mal, ich will das jetzt mal mit ihm machen. Wo wird eigentlich in Deutschland, wo finden da eigentlich Innovationen statt, wo wird was in Forschung und Entwicklung gesteckt? Das kann ich Ihnen einfach mal kurz sagen, im Nordrhein-Westfalen. In Karlsruhe, im Kernforschungszentrum, da kommt die fünfte Generation an Atomkraftwerk her! Wir sind in der Abstandkontrolle, die wir jetzt noch nicht everyone machen wollen. Wir sind die confidentste Generation an Atomkraftwerk her! Wir sind die Based on eine合�ige, aufjamend möglich. Wie ist das Neuele? Wie ist das Neuele? Wir sind die月, dass der Abstandkontrolle? Wir sind die Abstandkontrolle, der Abstandkontrolle, der sich wie wichtig ist.